So ihr Lieben, hallo und herzlich Willkommen hier zurück zu The Room 2. Wir haben in der letzten Folge zum Schluss ein Kapitel innerhalb von weniger Sekunden oder Minuten abgeschlossen. Sehr erstaunt, wir spielen weiter, mal sehen was jetzt kommt. Ähm, nichts Gutes, das weiß ich. Also, geh ich mal von aus. Gut. Wir schauen uns gleich mal mit dem Oculus Rift an. Ha, da habe ich was entdeckt. Eins, zwei, eins. Hö. Einschraubenzieher. Hätte ich auch weiter behalten können und hätte es dann benutzt. Oh Gott, ja. Ja, da habe ich schon mal keine Ahnung von. Teil des Schildes fehlt. Okay. Da ist noch ein Buch. Kann ich das Buch lesen oder so? Ne, anscheinend jetzt zur Zeit noch nicht. Ähm, hier ist wieder so eine Karteikarte. Okay. Kann ich jetzt persönlich auch nichts mit anfangen. Ähm, ähm... 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 Ähm, ähm... 1, 2, 1, 3, 2, 1. Was ist doch? Anschlüssen, ja, das ist mir klar. Ja. Ach. Hm. Mh 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 Bin ich echt verwirrt, weil es ist Mh Okay Das habe ich mir noch nicht angeguckt Mh 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 Diese Werkbank sieht interessant aus Welche? Die Werkbank ist ein großes kugelförmiger Behälter Was um alles In der Welt könnte sich darin befinden Ah, Fortsetzung Entschuldigung Werkbank kugelförmiger Behälter Meinen sie den hier Aber da komme ich ran Ähm Eins Zwo Eins Zwo 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 Zwo